ihr lieben herzlich willkommen zu quellwerk gesunde beziehung also wenn einer über beziehung was weiß dann unser gott erstaunlich ist dass er als gott vater gott sohn gott heiliger geist immer schon in einer gemeinschaft gelebt hat und er um tiefe herzensbeziehung weiß und so gott möchte dass wir das lernen deshalb sind die zwei ganz großen baustellen an denen wir unser leben lang arbeiten einmal gott zu lieben und den nächsten zu lieben und das sind auch unsere bestimmungen und ich habe einen text gefunden im kolosser brief drei die ersten 17 verse die du gerne zu hause lesen kannst wenn du eine bibel hast und das findest hier sind vier anweisungen von denen ich glaube dass sie beziehungen schön und reich und gesund und begehrenswert machen der erste von gott geschenkte gedanke dort ist ich lese uns den text wenn ihr nun mit dem christus auferweckt worden seid so sucht was im himmel ist wo christus ist sitzend zur rechten gottes sind auf das was im himmel ist nicht auf das was auf der erde ist das erste mit deinem denken verankert dich im himmel fangen darüber nachzudenken was sind die dinge die gott wichtig sind und wenn wir merken was ist dem himmel wichtig bekommt unser blick für die erde für die menschen um uns herum eine ganz neue dimension und wir entdecken zum beispiel im himmel ist das hauptgut liebe und wenn wir das auf die erde runter transportieren merken wir wie viel heilung wie viel freisetzung das wirkt so nimm den ersten gedanken veranker dein denken im himmel verankert dein denken in der liebe gottes das zweite ist entsorgt dein müll was bedeutet das hier heißt es tötet nun eure glieder die auf der erde sind wie unzucht unreinheit und leidenschaften böse begierden habsucht götzendienst legt ab zorn wut bosheit lästerung schändliches reden aus eurem mund hier werden all die dinge beschrieben die unsere beziehungen krank machen und kaputt machen du kennst das selber wenn leute mit dir zornig reden wütend auf dich sind dich beleidigen wenn unreine gedanken unreines verhalten da ist und du merkst wie leute versuchen dich zu manipulieren hey niemand von uns liebt das sondern das zerstört beziehungen und gott sagt nimm das und wirf das aus deinem leben raus ja ganz bewusst den müll den schrott die sind dieses gift das da drin steckt und das beziehungen kaputt macht nimm es bewusst und wirf es aus deinem leben raus und stattdessen nimm das richtige rein ja hol den richtig das richtige input hol gesunde nahrung und hier heißt es dann zieht an als die von gott aus erwählten als von gott heilige und geliebte herzliches erbarmen güte demut milde langmut ertragt einander und vergebt wenn ihr irgendwas gegeneinander habt wie auch gott euch vergeben hat ich liebe diesen inhalt hey werd mit dem anderen wieder langmütig lange mut haben am anderen dran zu bleiben milde zart und sanft mit dem anderen umzugehen ja einander zu vergeben und zu merken hier kommt ein ganz neues input in mein leben und durch mich in das leben des anderen und was immer kaputt war das ist hier wie so eine salbe wie so eine medizin die unsere beziehungen wieder heilt und dann kommt das dritte und letzte und der friede des herrn regiere wie ein schiedsrichter in euren herzen zu dem ihr auch berufen seid in seiner gemeinde und seid dankbar gott sagt lasst alles von einer sache von einer haltung dominiert sein nämlich von frieden frieden dieses bewusste hinein sprechen und den zorn rausnehmen und wirkliche liebe vergebung gnade rein sprechen und frieden erzeugen in der bibel gibt es so einen satz da ist es selig sind die friedensstifter wir nehmen aus der liebe gottes und geben das weiter und friede entsteht wir sprechen worte der gnade und frieden entsteht wir gehen in situationen hinein und sind bereit den menschen zu dienen und frieden entsteht wow das ist die großartige chance die wir haben du bist ein überbringer dieses segens und wenn wir uns an diese vier schritte halten die gott uns hier zeigt dann sind wir prädestiniert wirklich glückliche und entspannte und von gott gesegnete beziehung zu leben macht es heute bete und sagt gott lass mich so ein so ein friedensüberbringer heute sein lass mich jemand sein der wirklich sich im himmel verankert und den himmel auf die erde bringt danke gott dass du mich zu jemandem machst der wirklich ein ein volles paket deiner liebe an menschen weiter gibt sei gesegnet so äh ja